Während Pferden hier in Niedersachsen als Reisender kommt und mal etwas davon gehört hat, dass es dort so ein Sachsenheim gibt, der hat erhebliche Schwierigkeiten, sich dort zurechtzufinden. Es gibt kein einziges Schild, das auf diese Anlage hinweist. Die Anlage ist beschrieben in vielen Büchern. Auch in der neuheitlichen Szene wird darauf teilweise hingewiesen mit dem Vermerk, das seien zwar 4500 Findliche, die da stünden, aber das sei also keine Anlage aus germanischer Zeit, sondern aus neuerer Zeit. Aber wenn man in Pferden selbst ist, dann vermisst man irgendeinen Hinweis auf den Sachsenheim. Und wenn man zum Fremdenverkehrsamt hingeht, dann kramen die etwas und dann holen sie also einen Zettel hervor und dieser Zettel ist von einem Superintendenten Erich Leske vom Landesjugendfahramt in Hannover herausgegeben. Denn dieses Gelände gehört heute der Kirche. Dieses Gelände ist 1950 der evangelischen Kirche für sage und schreibe einem Mark verkauft worden. Es handelt sich dabei um elf Hektar und drei große Gebäude im Niedersachsen-Stil, die als Tagungsgebäude gedient haben und auch als Hintergrund für Tink-Spiele gedient haben und dienen sollten. Diese gesamte Anlage also ist für eine Mark von Niedersachsen an die Kirche verkauft worden. Und deswegen meint die Kirche, sie sah also berufen, sich über den Sachsenhain und das, was in Pferden an der Aller vor etlichen hundert Jahren, nämlich im Jahre 782, stattgefunden hat, sich zu äußern. Und dann sehen wir mal, was dieser Superintendent Erich Leske uns zu sagen hat. Und ich muss sagen, manchmal ist es ja so, dass der heilige Zorn einen dann packt. Wir sind ja vieles von der Kirche gewohnt und vieles stört uns also auch schon gar nicht mehr, was da an Unverschämtheiten kommt, was da an Frechheiten kommt. Aber dieses Ding setzte also wirklich dem Fass die Krone auf. Und ich habe mich dann hingesetzt, einen entsprechenden Aufsatz gemacht. Und den sehen Sie dann also hier. Es fängt also so an. Zunächst mal Originalton Leske. Was geschah 782 in Pferden? Seit 772 hat Karl der Große sich die völlige Unterwerfung der Sachsen vorgenommen. Er unterwirft die Engern an der Weser und in Westfalen und zerstört die heilige Städte der Irminsul. Dagegen lehnen sich die Sachsen auf, obwohl viele von ihnen sich schon hatten taufen lassen. Hierzu meine Anmerkung, das mit den vielen ist natürlich totaler Unsinn. Es gab einige Getaufte bei den Sachsen, aber die große Mehrheit des Volkes war natürlich noch ungetauft. Karl ist deswegen auch direkt ins Zentrum des Sachsenlandes gegangen. Er hat die Irminsul zerstört, gerade um den Glauben zu treffen. Nun weiter Leske. Dagegen lehnen sich die Sachsen auf, obwohl viele von ihnen sich schon hatten taufen lassen. Widukind, der Sachsenherzog, schürt den Kampf. Zeitweise sogar von seinem Fluchtasyl in Dänemark aus. Der brauchte nichts zu schüren. Die waren von sich aus also schon aufgebracht. Und stößt Kirchen und Klöster zerstörend bis zum Rhein vor. Der Widerstand der Sachsen verschärft sich, als Karl der Große auf dem Reichstag zu Lipp springe, in einem Blutgesetz Untreue gegen den König und Verweigerung der Taufe mit dem Tode bedroht. So, das klingt ja also auch so. Untreue gegen den König. Das war ja gar nicht ihr König. Ja, das war der Frankenkönig. Wieso sollten die Sachsen nun plötzlich treu sein gegenüber dem Frankenkönig? Aber das ist natürlich, das ist so dieses Unterschwellige. Die Sachsen waren untreu. Und Untreue wird bestraft, weil er genau weiß, dass die Leser von Treue sehr viel halten. Deswegen wird hier also unschwellig, die Sachsen waren untreu gegenüber dem König Karl. Wird das hier also hier so untergejubelt. Also immerhin sagt er, dass Verweigerung der Taufe mit dem Tode bedroht wird. Da fragt man sich, wenn die Sachsen so christlich waren, wie er das hier so gesagt hat, warum ist denn da die Todesstrafe auf die Verweigerung der Taufe gesetzt worden? Widukind benutzt die zeitweilige Abwesenheit Karl des Großen, um seine Anhänger zu einem Angriff auf die christliche Kirche und die fränkische Heermacht zu sammeln. Obwohl man Frieden gelobt hat. Am Sündel überfallen sie ein fränkisches Heer und vernichten es in einem glänzenden Siege. So, der glänzende Sieg ist an diesen Sachen richtig. Ansonsten ist es so, hier wird nun diese Friedenstörung. Sie zerstören Kirchen, sie stören den Frieden, wird hier angesprochen. Dazu muss man natürlich Folgendes sagen. Wir kennen im Strafgesetzbuch den Begriff der Nötigung. Wenn ich jemanden unter Gewalt zwinge, einen Vertrag zu machen, etwas zuzusagen, dann gilt es nicht, weil es eben mit Gewalt geschehen ist. Wenn Karl also hinkommt, schlägt also ein Haufen Sachsen die Köpfe ab und sagt, so jetzt gelobt ihr Frieden, sonst schlage ich den anderen auch noch die Köpfe ab, dann ist das eine ganz klare Nötigung. Und wenn dann also Frieden gelobt wird, dann ist es also selbstverständlich, dass dieser Frieden eben kein Vertrag im eigentlichen Sinne ist und dass man sich da nicht hinstellen kann und sagen kann, ja, die haben ja hier den Frieden gebrochen. Man muss sich mal vorstellen, was hier vorlag, da hat ein anderer Staat ein Land überfallen und dieses Land versucht sich von dieser fremden Vorherrschaft freizumachen. Genauso sieht es aus. Und da haben sie natürlich jede Gelegenheit benutzt, wenn das also möglich war. Aber nun, der Schöne, am Süntel wurde ein Heer überfallen. Ich gehe darauf also noch zurück. Dieses Überfallen soll natürlich die Perfidie haben. Da sitzen irgendwo arglos ein paar Franken im Süntel, spielen Skat, trinken ihren Met und dann kommen also die bösen Sachsen an und überfallen die möglicherweise noch im Schlaf. Und das ist natürlich also eine ganz, ganz üble Angelegenheit. Das ist ganz klar. Die Perfidie der Sachsen wird da mal wieder deutlich. Sie überfallen einfach die braven Franken, die da also vielleicht auf Touristenreise im Süntel sind. Von nicht wenigen Geschichtsschreibern wird die Niederlage der Franken am Süntel als die Folge einer Meuterei der Sachsen, eines Verrates, eines Überfalls hingestellt. In willkürlicher Abweichung vom Bericht der Reichsanahlen, die fränkischen Reichsanahlen schildern das eigentlich recht gut, sagt zum Beispiel Christian Ritter Folgendes und folgt dabei Herrn Lonke. Zitat, zunächst zogen Franken und Sachsen, vermutlich Westfalen und Engern, gemeinsam ostwärts bis an die Weser. Hier aber meutern die Sachsen auch Widukins betreiben. Die Franken greifen am Süntel die meuternden Sachsen an und werden völlig geschlagen. Hans Gehebrück erzählt in regelrechter Umkehrung der Tatsachen, eine fränkische Schar wurde am Berge Süntel überfallen und niedergemacht. Ja, selbst ein Historiker wie Karl Hampe sagt in einer Sonderstarstellung Karls des Großen, dass es eine verräterische Niedermetzelung einer fränkischen Heeresabteilung am Süntelgebirge durch die Sachsen gegeben hätte. Als wenn die Franken da nun harmlos und blumenpflückend am Süntel entlang spaziert wären. Nun, richtig ist einfach Folgendes. Beim Reichstag in Lipspringel ist die fränkische Grafschaftsverfassung eingeführt worden und das bedeutete, dass die Sachsen, die bisher frei gewesen waren, nun Grafen unterstellt worden waren und zinspflichtig geworden waren. Das heißt also, sie haben ihre Eigenständigkeit, ihre Selbstständigkeit verloren. Das war das Ende der sächsischen Freiheit, diese Grafschaftsverfassung. Und dagegen lehnten sich die Sachsen mit Widukind auf. Auf diese Nachricht hin, dass die Sachsen eben sich auflehnten gegen diese Grafschaftsverfassung, wobei es also nur darum ging, es wird da noch viel mehr hineingehen, es ist im Gegenteil, manche sagen sogar, werfen den Sachsen-Völkischen Verrat vor. Die sagen also, ja, diese Heere, die da also die Franken zusammengezogen hatten, die wollten ja eigentlich gegen die Wenden gehen, gegen die Sorben gehen, also gegen die Slaven gehen. Und da meutern nun die Sachsen, fallen also nun diesen braven völkischen Franken, die da also gegen die Wenden ziehen wollen, in den Rücken und verhindern also nun einen Feldzug gegen die Slaven. Das ist natürlich alles Unsinn, denn Karl hat also überhaupt nicht völkisch gedacht. Er hat in großem Umfang Sachsen später umgesiedelt und hat dort also Slaven angesiedelt in den Gebieten, wo also Sachsen gewesen sind. Also man kann diese völkischen Gegensätze überhaupt nicht auf diese Zeit beziehen. Insbesondere Karl da nicht irgendwelche völkischen Motive unterstellen. Aber das ist auch so eine Sache, die den Franken untergejubelt wird. Die von den Franken den Sachsen untergejubelt wird, von Christlichen den Sachsen untergejubelt wird. Da wird gesagt, wenn die damals nicht gemeutert hätten, dann hätten wir die Slaven klein gekriegt, ja, die bösen Sachsen. So, es ging also nur um die Grafschaftsverfassung. Die Sachsen haben gesagt, wir erkennen das nicht an. Und auf diese Nachricht hin kam Graf Dietrich mit dem Heer der Ripoarischen Franken nach Sachsen. Und ein weiteres Heer, das ursprünglich zum Kampf gegen die Sorben bestimmt war, kam aus Ostfranken. Die Führer dieses weiteren Heeres, dieses ostfränkischen Heeres, waren der königliche Kämmerer Adolges, Marschall Geilo und Pfalzgraf Wohrer. Diese vereinigten sich und wollten an sich die Sachsen in einem Zangenangriff angreifen. Also es war nicht so, dass da also nun irgendwie wieder so friedlich waren. Und jetzt bringen die Reichsanlagen zweiter Fassung, die ein hat zugeschrieben werden, folgende Schildung, ich zitiere. Offenbar nachdem Adalgis, Geilo und Wohrer die Nacht in ihrem Lager auf dem rechten Weserufer verbracht hatten, also die Heere hatten sich wieder getrennt, besprachen sie sich untereinander und kamen zu der Befürchtung, dass sich der Ruhm des Sieges an den Namen Dietrichs heften würde, wenn dieser an der Schlacht teilnehme. Daher beschlossen sie, ohne ihn mit den Sachsen zu kämpfen. Sie griffen zu den Waffen und zogen mit größter Eile, als wenn sie es nicht mit einem in Schlachtreihe stehenden Feinde zu tun hätten, sondern auf der Verfolgung von Fliehenden und beim Beutemachen wären, so schnell die Rosse sie tragen konnten auf die Sachsen los, die vor ihrem Lager zur Schlacht geordnet standen. So übel wie der Anmarsch, so übel war auch der Kampf. Kaum hatte die Schlacht begonnen, wurden sie von den Sachsen umzingelt und fast alle getötet. Diejenigen, die entrinnen konnten, flohen nicht in das eigene Lager, sondern in das jenseitig des Gebirges gelegene Lader Dietrichs. Der Verlust der Franken war noch viel größer, als er zahlenmäßig zu sein, weil die beiden Kommandeure, Adalgis und Geilo, vier Grafen und gegen 20 andere namhafte und edle Männer gefallen waren, abgesehen von all den anderen, die ihnen gefolgt waren und lieber mit ihnen untergehen, als sie überleben wollten. So der Annalenbericht. Also es ist überhaupt keine Rede davon, dass hier etwa die Sachsen die Franken überfallen hätten, sondern umgekehrt. Die Franken wollen das sächsische Lager überfallen, nur sie haben es so doof angestellt. Die Sachsen standen in Schlachtreihe und die kamen also, weil sie sagen, oh Gott, die machen wir mal so eben, Kirre kamen also so im vollen Lauf an, stellten sich gar nicht geordnet zur Schlachtreihe auf und das ist natürlich so, wenn man so peu a peu immer rankommt und dann versucht, da also Einfluss zu nehmen, dann wird man eben nacheinander fertig gemacht und das haben die Sachsen gemacht, wobei die Sachsen selbst natürlich auch erhebliche Verluste hatten. Die Franken waren sehr viel besser bewaffnet als die Sachsen, sie hatten sehr viel mehr Eisenschwerter, Eisenbeile, Wurfbeile und ähnliches, sodass da dasselbe sich wiederholt hat bei den sächsisch-fränkischen Auseinandersetzungen, was wir in der Vergangenheit haben für den Kampf der Kimmern und Teutonen gegen die Römer. Auch da hat letztlich die bessere Bewaffnung der Römer den Ausschlag gegeben. Also, Herr Superintendent Leske, keine Spur von einem Überfall der Sachsen auf die Franken, das Gegenteil ist richtig. Nun weiterhin der Herr Leske, als Karl der Große ohne Widerstand zu finden, bis zu aller Mündung herangerückt ist, liefert der sächsische Adel, der sich dem König unterworfen und damit auch die Unterwerfung des Volkes garantiert hat, die am Aufstand Beteiligten an Karl zur Tötung aus. Leske stellt es also so dar, Karl war also sauer über diese Angelegenheit, er war empört, er zieht also jetzt ins Sachsenland und daraufhin, liefert der sächsische Adel der Adel dem König die Aufrührer auf und die werden dann zur Tötung an Karl ausgeliefert. Hier wird so getan, als ob der sächsische Adel von Karl die Tötung gefordert hätte oder der sächsische Adel mit Karl gemeinsame Sache gemächtig hätte. Das ist falsch. Zunächst mal war nur ein ganz geringer Teil des sächsischen Adels überhaupt zu Grafen bestellt worden von Karl. Karl hatte teilweise Franken, teilweise Sachsen als Grafen bestellt. Von Klocke sagt dazu, Zitat, dass die Übernahme eines Grafenamtes durch den sächsischen Edeling noch keine unbedingte Ergebenheit dem Frankenkönig gegenüber bedeutete, sei freilich im Vorbeigehen schon hier erwiesen. Es kann mit einem Zitat aus dem inhaltsreichen Buch von Vogt, Staat und Kirche von Konstantin im Großen bis zum Ende der Karolinger Zeit geschehen. Vogt stellt dort fest, dass Karl der Große als eine Ausnahme von seiner sonstigen Gewohnheit nur in Sachsen den Geistlichen eine Art Aufsicht über die staatliche von den Grafen ausgeübte Rechtsprechung übertrug und sagt dazu begründend, dort hatte Karl Edler aus dem Lande selbst zu Grafen bestellt und ihnen stand er offenbar mit einem gewissen Misstrauen gegenüber. Er rechnete zum Beispiel damit, dass dort ein Graf selbst einen Übeltäter verberge. Dies geht in der Tat klar hervor aus der Capitulatio de Partibus Saxoniae also den berüchtigten Sachsen-Kapitularien in deren 24. Abschnitt über Räuber und Übeltäter, die aus einer Gaugrafschaft in einer anderen Zuflucht finden, König Karl bestimmt. Zitat Wenn jemand sie in seinen Schutzbereich aufnimmt und sieben Nächte bei sich behält, außer zum Stellen, zahle er unsere Bannbuße in gleicher Weise, wenn ihn der Gaugraf verbirgt und ihn nicht zur gerichtlichen Aburteilung stellen will und sich deswegen nicht reinigen kann, verliert dieser seine Ehre. Unter den Übeltätern für deren Verfolgung die sächsischen Grafen dem König als unzuverlässig erschienen, sind natürlich nur sogenannte politische Verbrecher, die sich aus völkischen Gründen gegen die fränkischen Gesetze und Maßnahmen vergingen zu verstehen. Das heißt ganz klar, Karl hatte gegenüber den Sachsen, die er bestellt hat, Misstrauen, ganz erhebliches Misstrauen. Er unterstellt sie einer geistlichen Oberaufsicht, was er sonst nie macht und daran ist schon zu sehen, dass also auch die sächsischen Adligen, die dort zu Gaugrafen bestellt waren, durchaus als unzuverlässig von Karl eingesehen wurden. Im Übrigen ist es so, dass diese Grafen natürlich nur einen ganz geringen Teil des sächsischen Adels stellt. Das wäre genauso, als wenn man sagen wollte, im Ersten Weltkrieg wurde das deutsche Heer von dem Adel befehligt. Zwar gab es eine ganze Reihe Adlige dort als Heerführer in den deutschen Heeren des Ersten Weltkrieges, aber es gab natürlich etliche Adlige, die keine Heerführer waren. Also das ist wirklich so hier so eine Geschichte. Aber da wird den Sachsen eben selbst die Schuld zugewiesen. Wird der Adel und wenn der Adel nicht gewesen wäre, dann wären die gar nicht umgekommen. Diejenigen sächsischen Edlinge, die in der fränkischen Verwaltung zu wirken bereit waren, waren immer nur ein Teil des sächsischen Adels. Ein viel größerer Teil hat den fränkischen König bis zuletzt bekämpft. Das beweist die Deportation auch von Edlingen im Jahre 795, also noch so spät nach Beginn der Sachsenkriege. Da sind noch fränkische und sächsische Edlinge, also Adelsangehörige, deportiert worden. Sicherlich gab es auch welche, das ist ja leider Gottes schon zu Arminus-Zeiten gewesen, die es mit dem Feind gehalten haben, die also durchaus mit der fränkischen Sache gemeinsam bestimmt waren. Aber das hat für diese Sachsenabschlachtung keine Rolle gespielt, wie ich noch nachweisen werde. Man merkt hier die Absicht der Kirche, nicht Karl und die hinter ihm stehende christliche Kirche ist schuld, sondern der sächsische Adel. Diese Theorie ist immer wieder kolportiert worden. Hermann Lönz, muss man sagen, ist auf diese Theorie auch reingefallen, so gut die Rote Beke ist, aber die Rote Beke schildert die Sachsenabschlachtung so, dass dort also Sachsen gefangen hingeführt werden, dass dort Henker sind mit Richtblöcken, dass die Trommel dann spielt und das dann von den Henkern die Köpfe dieser Sachsen abgeschlagen werden. Ich werde nachweisen, dass das nicht so abgelaufen ist, sondern es anders war. Das will nichts sagen gegen diese eindrucksvolle Darstellung von Hermann Lönz. Er konnte es auch nicht besser wissen, weil damals eben immer diese These gespielt wurde, der sächsische Adel hat sie gefangen, hat sie dann ausgeliefert und das war der Grund. In den Quellen gibt es kaum Anhaltspunkte für eine Auslieferung durch den Adel, auch nicht durch einzelne Adlinge. Diese Adelschuldtheorie ist offensichtlich so von Kenzler ausdrücklich erörtert, aufgestellt worden, damit die Pferden der Bluttat Zitat kein dunkler Punkt in der Geschichte seiner Ruhm voller Taten sei. Also man wollte den Karl reinwaschen, er war ja Karl der Große und deswegen durfte diese Bluttat nun kein dunkler Fleck sein und deswegen sagt er ausdrücklich, also das kann gar nicht sein, das befleckt seine ganze Ehre und das geht also gar nicht. Auch Rundnagel glaubt das, was er auch den Durchstoß des landesverräterischen Adels nennt, eben die sogenannte Auslieferung der 4500 durch den Adel beweisen zu können, indem er sagt, dass der Adel zu dieser Brutalität durchaus fähig war, zeigt die Tatsache, dass er 792 nach dem Bericht der Reichsanahlen 10.000 seiner Volksgenossen an Karl zur Deportierung ins Frankenreich auslieferte. Diese Behauptung Rundnagels liegt aber in Wirklichkeit keine Tatsache, sondern nur eine Kette peinlicher Irrtümer zugrunde. Erstens, im Jahr 792 ist eine Deportierung und infolgedessen auch eine Auslieferung überhaupt nicht erfolgt. Rundnagel hat offensichtlich die Jahre 792 und 804 verwechselt. Zweitens, die Reichsanahlen berichten an keiner Stelle, dass 10.000 Sachsen deportiert, geschweige denn vom Adel ausgeliefert seien. Rundnagel hat die Reichsanahlen mit den Karlsleben von Einhard verwechselt, das aber auch nur etwas von Deportation und nichts von Auslieferung sagt. Geschweige denn durch den Adel. Drittens, zu der großen Deportation von 795 berichten die Annalis Musellani ausdrücklich, dass die Deportierten von Ausgelieferten, wird auch hier nicht gesprochen, sowohl aus dem Adel wie aus den nicht-adeligen Schichten Sachsen stammen. Es ist völlig abwegig, dass also der Adel und seine eigenen Standesgenossen hier ausgeliefert hat. Im Übrigen steht da eben nichts von Auslieferung. Die Franken sind gekommen, haben sich welche eingefangen, haben die dann also deportiert. Zum Teil in Baden-Württemberg gibt es ja so Orte wie Kleinsachsenheim, Großsachsenheim und ähnliche Dinge. Das stammt aus dieser Zeit, wo also Sachsen deportiert worden sind. Ein wirklich grundlegendes Zeugnis liefern die zeitgenössischen Analis Musellani durch jene Nachricht, dass Karl zu Mitte der 790er Jahre eine gewaltige Menge Edelinge und Frielinge beziehungsweise Laten zwangsweise aus ihrer sächsischen Heimat abgeführt und in die Fremde wieder angesiedelt hat. Hierbei ohne Wahrheit anzunehmen, der Adel habe also seine eigenen Standesgenossen ausgeliefert, ist absurd. Das heißt dann aber auch, dass man eben auch nicht daraus schließen kann, der Adel habe nun auch im Jahre 782 4.500 seiner Stammesgenossen ausgeliefert. Doch weiter das Landesjugendfahramt Herr Leske. Da flammt der Widerstand unter Widukinsführung noch einmal auf, aber in einer heftigen Schlacht besiegt Karl der Große die Sachsen durch eine vernichtende Niederlage. Später lässt Widukind sich in einem ehrlichen Jahr zum Evangelium taufen. Ehrliches Jahr zum Evangelium. Nun, woher man das wissen will, weiß man nicht. Er hat mit Widukind nicht gesprochen, der Herr Leske. Und das Interessante ist, dass wir überhaupt nicht wissen, ob Widukind tatsächlich getauft worden ist. Es gibt da durchaus die unterschiedlichen Meinungen. Die einen sagen, er hat sich taufen lassen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, weil sonst der sächsische Stamm restlos ausgerottet worden wäre. Das ist die eine These. Und die andere These sagt, der Mann ist als Klosterheftigen auf der Insel Reichenau gestorben. Was jedenfalls bemerkenswert ist und was gegen ein ehrliches Jahr zum Evangelium spricht, ist die Tatsache, dass Widukind, nachdem er getauft ist, völlig aus der Geschichte verschwindet. Das ist ein absolutes Novum, eine absolute Neuheit. Normalerweise ist ein bekehrter Christ, das ist ja immer so eine Geschichte, da steht ja irgendwo in der Bibel drin, über einen verlorenen Sünder sind die also viel fröhlicher als über 100 Gerechte. Das heißt also, wenn sie jetzt einen Menschen wie Widukind zu einem ehrlichen Jahr zum Evangelium gebracht hätten, dann wird das natürlich die Sache gewesen, den nun als Wanderprediger durch die Lande schicken zu lassen, mit seinem Renommee und dann die Christianisierung voranbringen zu lassen. Warum verschwindet der Mann aus der Geschichte? Warum hört man seit seiner tatsächlichen oder angeblichen Taufe überhaupt nichts mehr von diesem Mann? Bestimmt nicht, weil er ein ehrliches Jahr zum Evangelium gesprochen hat, denn dann hätte man ihn gerne vorzeigen können. Also dieses mit dem ehrlichen Jahr zum Evangelium ist wiederum eine Frechheit, die der Herr Leske hier also uns unterjubeln will. Nun, wir müssen sehen, wenn wir Widukind Taufe als tatsächlich annehmen, dass seinerzeit Karl jeden männlichen Sachsen, der länger war als sein Schwert, hat ermorden lassen. Das Sachsenland ist verwüstet worden, die Sachsen sind deportiert worden. Ich habe darauf erwiesen, dass im Jahre 804 10.000 Sachsen deportiert worden sind. Man muss das mal umrechnen. Die Sachsen hatten damals nach Schätzungen 500.000 Einwohner und wenn wir das jetzt mal auf die deutsche Bevölkerung umrechnen, dann wäre die Bevölkerung Hamburgs 1,6 Millionen gesamt deportiert worden. Das muss man mal in Verhältnis setzen, was da also passiert ist. Das heißt, eine Großstadt von Hamburg wird entvölkert, sämtliche Einwohner werden deportiert und werden irgendwo anders angesiedelt. So einen Umfang hat diese Sachsen Deportation von Einige Zweifel an der Taufe. Die von Leske, Bauernachfolgend so geschätzten Analis Pitaviani, berichten Widukins angebliche Taufe zu Athenye 785 nicht, obwohl die kirchliche Entwicklung an sich seine besondere Teilnahme findet. Das heißt also in einer Quelle, die eigentlich laufend über Kirchengeschichte berichtet, wird eine so wichtige Sache wie die angebliche Taufe Widukins überhaupt nicht erwähnt. Nur aber weiter zum Landesjugendfahramt. Fette Überschrift in diesem Zettel hier. Da sehen sie es. Die Sachsen wollten Christen werden. Richtig schöne fette Überschrift. Und dann geht es weiter. Zur Beurteilung der Vorgänge bei Pferden ergibt sich folgendes. Karl der Große wollte ein großes politisch und religiös geeintes Reich errichten. Also da ist die Kirche noch mal für ein großes und politisch geeintes Reich. Sonst sind sie ja dagegen. Sonst wird er also immer gegen völkischen Wahn gesprochen. Aber in diesem Punkt, also wenn es um Karl geht, dann wird das immer betont, dass er ein großes, einiges, starkes Reich errichten wollte. Und natürlich religiös geeint. Das klingt dann auch immer sehr gut. Einigkeit macht stark. Während sie ihm vier fünftel aller germanische Stämme unterwerfen und den christlichen Glauben willig annehmen, leisten außer den Friesen besonders die Sachsen entschiedenen Widerstand. Also unterwerfen und den christlichen Glauben friedlich annehmen, denn man hat Kriege geführt. Denn man hat also einen germanischen Stamm nach dem anderen unterworfen, und zwar zwangsweise unterworfen, und dann sind sie christianisiert worden. Da kann man noch nicht sagen, den christlichen Glauben willig annehmen. Man kann nur sagen, sie haben nicht so entschiedenen Widerstand wie die Sachsen geleistet. Das kann man sagen. Sie haben also nicht so viel Blutopfer auf sich gebracht für ihren heidnischen Glauben, aber man kann noch nicht sagen, sie haben willig den christlichen Glauben angenommen. Leisten aus in den Friesen, sagt er besonders die Sachsen entschiedenen Widerstand. Sie wollen frei und unabhängig bleiben. Das immerhin gibt dazu. Das aber konnte Karl wegen seiner politisch religiösen Zielsetzung nicht zulassen. Man bemerke nicht zulassen. Das wäre genauso, als wir sagen könnten, Adolf Hitler konnte nicht zulassen, dass sich eine selbstständige Ukraine entwickelt. Das würde heute in irgendeinem Buch stehen. Was hat der Mann in der Ukraine zu suchen? Er konnte das nicht zulassen. Zudem musste er den immer wieder auflebenden Widerstand der Sachsen als Bruch gegebener Zusagen auffassen. Ich habe auf diese erpressten Dinge schon hingewiesen. Darum bedeutet sein scharfes Vorgehen bei Pferden wohl ein Strafgericht. Da steht dann von scharfem Vorgehen nur und das bedeutet wohl ein Strafgericht. Da wird dann auch das Wort Gericht reingebracht. Das hat was mit Recht zu tun und mit Richten ist also auch positiv besetzt. Da wird nicht von Massenmord gesprochen, sondern von scharfem Vorgehen im Sinne eines Gerichtes gesprochen. Und jetzt Leske weiter. Die sieben geschichtlichen Quellen über diese Vorgänge erlauben es allerdings nicht, die Frage zu entscheiden, ob die am Widerstand Beteiligten ins Frankenreich abtransportiert, so die am meisten glaubwürdigen Analys Pitaviani oder hingerichtet wurden, die Collatio, so die späteren Analys Fuldenses und Einhadi oder ob nur einige wenige hingerichtet und Tausende in die Fremde verschleppt Die Quellen finden sich in der Untersuchung von Professor Karl Bauer Münster, die Quellen für das sogenannte Blutbad von Pferden 1937. Die überlieferte Zahl von 4500 bezieht sich, wenn sie überhaupt zutrifft, wohl eher auf den Abtransport als auf die Hinrichtung. So, hierzu folgendes, dieser Abschnitt beruht auf Professor Karl Bauer, wobei verschwiegen wird, dass dieser Herr Professor, ein Professor der Kirchengeschichte in der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Münster war. Münster ist nun immer eine schwarze Hochburg gewesen und das gilt also auch für diese schwarze Schrift. Die Schrift ist tendenziös. Dazu muss man das bemühen sehen, in einer Zeit, nämlich 1937, wo heidnisches Denken im Vormarsch war, die Kirche von der Blutschuld zu entlasten. Er verunglimpft, dieser Bauer, beispielsweise Widukind, als Feigling, der seine verführten Anhänger im Stiche lässt. Wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre, fragt man sich, warum im gesamten Westfalen, Ostfalen, im Sachsenlande Legenden von Widukind noch herumlaufen und Widukind als im Berg geschildert wird, ähnlich wie Karl in anderen Landschaften, der irgendwann mal wiederkommt, um alle zu befreien. Wenn er tatsächlich als Feigling bei seinen Sachsen wären bestimmt keine Sagen um ihn gerankt worden. Bauer meint ferner Tacitus korrigieren zu müssen, indem er sagt, die viel gepriesene deutsche Treue scheint erst unter dem Einfluss des Christentums aufgekommen zu sein. Ohne das Christentum hätten wir überhaupt keine Treue gehabt. Wie treu diese Christen sind, darauf ist ja nun gerade die fränkische Königsgeschichte ein gutes Beispiel, wo ein Treubuch nach dem anderen ist, wo sie ihre Verwandten reihenweise gegenseitig abschlachten. Das zeigt also, dass sie selbst im innersten Familienkreis eine so viel gerühmte Treue unter dem christlichen Glauben bekommen haben, dass sie zur Sippenschande gegriffen haben, das heißt also ihre eigenen Angehörigen ermordet haben. Nun, das also als Hintergrund für diesen Bauer, mit diesen Zitaten habe ich mal seine ganze Ausgangslage dargelegt und daraus wird natürlich deutlich, was für eine Tendenz da ist. Friedrich von Glocke hat den Bauer im Einzelnen widerlegt. Dass Bauer regelrecht wieder besseres Wissen gehandelt hat, also er lügt, er irrt nicht nur, sondern er lügt, der Herr Theologe, ist aus einer von ihm mit Sicherheit bekannten Arbeit nachzuweisen, nämlich Germanentum und Christentum. Das ist ein dickes Buch von Dr. Konrad Algermissen. Die Arbeit ist 1935 erschienen, also zwei Jahre bevor Bauer seine Sache geschrieben hat und das neunte Kapitel befasst sich mit der Sachsenbekehrung. Algermissen ist Katholik gewesen, ist Domprops gewesen und sein Buch Germanentum und Christentum ist mit der Imprimatur des Papstes versehen worden, das heißt also ein Katholik darf es lesen. Das bedeutet also ein so bedeutsamer Mann, ein Dompropst, also der hat die Sache ganz anders dargestellt, ganz richtig dargestellt. Auch Algermissen ist natürlich christlich tendenziös, das ist klar. Karl der Große war von königlicher Gesinnung, die wird bei ihm gelobt, und zwar deswegen, weil er an Zitat Stelle des blöden Baumstumpfes der Irminsul uns den Kreuzesbaum der Erlösung errichtet hat, also der blöde Baumstumpf der Irminsul wurde durch den Kreuzesbaum der Erlösung ersetzt, durch die Unterwerfung seien die Sachsen, ohne dass sie es selber ahnten, von Gott erwählt, die Leitung im christlichen Deutschland zu übernehmen, mit anderen Worten, das war eine brave Fügung Gottes, dass die Sachsen hier nun christianisiert wurden, dadurch kannten sie nachher, wir Geschicke des christlichen Deutschlands übernehmen. Zitat, die Sicherung der Missionsarbeit haben werden die Statuierung eines harten Exempels gefordert. Und jetzt weiter, die starke christliche Richtung im Sachsenlande forderte selber, wie aus den Quellen hervorgeht, eine scharfe Bestrafung der das Land dauernd beeinträchtigten heidnischen Minderheit. So, hier steht also nichts vom sächsischen Adel, der da irgendwas gemacht hat, sondern jetzt ist es plötzlich die christliche Mehrheit im Sachsenlande, die also eine Bestrafung dieser heidnischen Unruhestörer im Lande gefordert hat. Das ist natürlich umgekehrt, es waren ein paar Christen da und die meisten waren Heiden, aber das zeigt, wie dieser Domprops Allgermissen eingestellt ist. Das ist also nicht jemand wie Spannut, der also einerseits Christ ist, andererseits aber nun wirklich, was das Germanentum angeht, klar sieht und richtig sieht und objektiv sieht, sondern auch hier wird also alles aus einer recht einseitigen Obwürdige ist aber, wenn ein solcher Mann wie Allgermissen den Sachsenmord als geschichtlich erwiesen darstellt und sagt, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass dieser Mord stattgefunden hat und dass es Blödsinn ist, da nur von Abtransport zu reden oder Ähnlichem. Zitat Allgermissen, Domprops Allgermissen, was zunächst die Frage der Geschichtlichkeit jener Hinrichtung angeht, so sei gleich bemerkt, dass dieselbe historische gut beglaubigt ist, wie nur irgendeine Tat der geschichtlichen Vergangenheit. Zeitgenössische Chronisten von absoluter Zuverlässigkeit, Menschen, die die Wahrheit wissen konnten und wissen mussten, sie auch sagen wollten, haben uns das Ereignis überliefert, haben es überliefert in den verschiedensten Formulierungen und Redewendungen, sodass weder von Missverständnis noch Irrtum noch Schreibfehlern die Rede sein kann. Es handelt sich nur um politisch neutrale Analysten oder um Freunde, ja engste Freunde des Königs. In ihrer außerordentlich kurzen und knappen Art berichten die aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts stammenden, nur bis zum Jahr 814 reichenden, seit 768 selbstständig arbeitenden Analis Sangalensis zum Jahre 782 nur das eine, Zitat, in diesem Jahr ließ der Herr König Karl eine größere Zahl von Sachsen töten. Da diese Analen im Durchschnitt nur für alle zwei bis drei Jahre das ihnen als wichtigste erscheinende Ereignis aufgezeichnet haben, muss diese Sachsen Tötung durch König Karl eine außergewöhnliche Bedeutung zukommen und kann den Ausdruck Pluris nur eine größere Anzahl bezeichnen, also davon 40 Redelsführern zu sprechen, die wären in einem Buch, was nur alle drei Jahre überhaupt etwas vermerkt, wäre das also bestimmt nicht erwähnt worden. Die bis zum Jahr 810 reichenden, fast ebenso knapp gehaltenen Analis Sangalensis Sangalensis also auch eine gleichzeitige Urkunde sagen zum Jahr 782 Zitat, die aufrührerischen Sachsen machten sehr viele Franken nieder und Karlis die Sachsen, die sich versammelt hatten, enthaupten. Die sich versammelt hatten, enthaupten. Ich bitte darauf besonders zu achten, ich werde darauf noch zurückkommen. Da wird nichts von ausgeliefert geschrieben, sondern die Sachsen, die sich versammelt hatten, und zwar die Sachsen, die sich versammelt hatten, die wurden enthauptet. Wörtlich denselben Text bringen die auf den Amandus Annalen beruhenden Analis Lauber Zennsees. Einen durchaus selbstständigen Bericht bringen die bis zum Jahr 803 reichenden Analis Laures Hamensees zum Jahr 782. Nach Erwähnung des Lipspringer Reichstages, der sich daran anschließenden erneuten Abfalls der Sachsen und der Rebellion Widukins schreiben diese Annalen Zitat Karl zog erneut nach Sachsen verwüstete es und ließ eine ungeheure Schar von Sachsen mit grausamem Schwert durchbohren. Eine ungeheure Schar von Sachsen mit grausamem Schwert durchbohren. Da von einem persönlichen Kampf Karls gegen die Sachsen im Jahr 782 sonst nichts bekannt ist, kann sich die Bemerkung, dass es eine ungeheure Schar von Sachsen mit grausamen Schwerte gibt, die hier durchbohrt worden sind, nur auf die Pferden der Hinrichtung beziehen. Aus den bislang erwähnten Chroniken ergibt sich wohl die Tatsache eines umfangreicheren Blutgerichts zu Allgermissen, dass Karl über die Sachsen veranstaltete, aber von einer bestimmten Zahl erfahren wir nichts. Hier ergänzen und bestätigen die wichtigen bis zum Jahre 801 reichenden Analis Laurisensis. Diese sogenannten Lorsche Analen, besser bezeichnet als die fränkischen Reichsanalen Ersterfassung, sind für die Zeit von 768 ab zeitgeschichtlicher Aufzeichnung von höchstem Wert. Bezeichnet für die Gewissenhaftigkeit und die Kritik des Analysten ist die Berufung auf zahlreiche noch lebende Augenzeugen, die er bei Mitteilung eines außergewöhnlichen Ereignisses des Jahres 776 macht. Der Chronist, der diese Analen geschrieben hat, gibt zum Jahr 782 zunächst einen Bericht über den Reichstag zu Lipspringe, dann über Widukins Aufhetzung, so Allgermissen, des Sachsenvolkes, nach des Königs Heimreise, weiterhin über den Auftrag des Königs an seine gesamten Adelgis, Geile und Wohrat, ein Franken und Sachsenier gegen die Slawen aufzustellen und schließlich von der Schlacht am Sündel. Der überpatriotische fränkische Chronist macht aber aus der Niederlage seuren Kriegen nicht ganz ungewohnt ist, wenn es sich um sehr große Verluste des wirklichen Siegers, in diesem Fall der Sachsen am Sündel handelte. Umso überzeugender klingt es dann, wenn er von seinem König, die ihn gerade nach einem Sieg umso weniger ehrende Tat des Blutgerichts von Werden wörtlich erzählt. Am Berge Sündel fielen auch zwei königliche Gesandte Adelgis und Geilo. Als der Herr König das Franken, soviel er in Eile zu den Waffen rufen konnte, dorthin auf und kam bis zu dem Ort, wo die Aller in die Weser mündet. Dort kamen alle Sachsen erneut zusammen und erwarfen sich der Herrschaft des erwähnten Herrn Königs und lieferten die Übeltäter, die jenen Aufruhr hauptsächlich inszeniert hatten, zur Hinrichtung aus. 4.500 So wurde es dann auch durchgeführt, mit Ausnahme Widukins, der zu den Normannen geflohen war. Nach Erledigung all dieser Dinge kehrte der Erwähnte Herr König ins Frankenland zurück. Hierbei sieht es ja aus, hierbei wird das eine der Quellen, wo mal von Auslieferung gesprochen wird, nur, das kann so nicht gewesen sein. Es heißt dort, dort kamen alle Sachsen zusammen. Damals gab es nach vorsichtigen Schätzungen 500.000 Sachsen. Es ist völlig undenkbar, dass alle Sachsen oder auch nur alle Wehrfiegen Männer dort zusammengekommen wären, das wären 120.000 gewesen. Also das ist geradezu abstrus, die hätten gar nicht verpflegt werden können. Das war also Unsinn. Ich will also meine These, die ich nachher entwickle, schon mal vorweg nehmen. Wer dort zusammenkam, waren genau die Abgesandten der Sachsen, und zwar auf je 100 Sachsen ein Abgesandter. Zum Tink, die Sachsen waren eben so gewachsen, dass zum Tink nicht alle wehrfähigen Männer kommen konnten. Auf 100 kam jeweils einer, und wenn wir das zugrunde legen, dann haben wir die Zahl von 450.000 Sachsen, die es damals gab, und 4.500 Abgesandte von jeweils 100 Sachsen ein, die sind also dort bei Pferden zusammengekommen. Dass alle Sachsen zusammengekommen seien und dann 4.500 ausgeliefert hätten, ist also dummes Zeug. Es ist völlig undenkbar, dass dort 120.000 Mann geliefert ausgeliefert hätten und da übergeben hätten, das ist also Blödsinn. Im Übrigen hätten die sich dann natürlich auch aus dem Staub gemacht, das muss man auch mal ganz klar sagen, wenn dann plötzlich der eine angefangen hätte, den anderen hier zu binden, um ihn auszuliefern oder ähnliche Dinge zu machen. Das heißt also diese Sache, dass alle Sachsen zusammenkamen und dann 4.500 ausgeliefert worden seien, von denjenigen, die da zusammengekommen seien, das ist dummes Zeug. Das steht da genauso falsch wie diesen fränkischen Sieg und zwar einfach deswegen, um auch hier, weil er dicht dem König steht, den König von dieser Blutschuld freizuwaschen. Auch damals also schon das Bemühen, den König Karl und seinen Namen freizuhalten von dieser Blutschuld. Jetzt weiterhin diese Quelle hier, also diese Annalen. Es werden also die 4500 ausgeliefert zur Hinrichtung, so wurde es dann auch durchgeführt, mit Ausnahme Widukins, der zu den Normannen geflohen war. Nach Erledigung all dieser Dinge kehrte der erwähnte Herr König ins Frankenreich zurück. Wir haben hier eine Quelle, die in einigen Punkten zuverlässig ist, was die Tötung angeht, ganz klar die Tötung erwähnt, in anderen Quellen, dass alle Sachsen zusammen gekommen seien und einen Teil davon ausgeliefert hätten, mit Sicherheit falsch ist. Dann fährt diese Quelle fort, als der König das erfuhr, als Vorgeschichte, als der König das erfuhr, glaubte er keinen Augenblick zögern zu dürfen. Schnell zog er Truppen zusammen und brach nach Sachsen auf. Dort ließ er sämtliche vornehmen Sachsen zusammen rufen und stellte eine Untersuchung an über die Urheber jenes Abfalls. Verzeihung, das ist nicht dieselbe Quelle, sondern das sind die reichsanahlen zweiter Fassungen, aus denen ich jetzt zitiere. Dort ist also bedeutsam Folgendes. Erstens, er ließ sämtliche Vornehmen Sachsen zusammenrufen, also nicht alle Sachsen, was technisch gar nicht möglich war, sondern sämtliche Vornehmen Sachsen. Also alle Vornehmen Sachsen und das spricht dafür, dass eben das jeweils diese Abgesandten waren, jeweils einer von 100 und stellte eine Untersuchung an über die Urheber jenes Abfalls. Alle erklärten Widukinden als Urheber dieses Verbrechens. Sie wären allerdings nicht im Stande ihn auszuliefern, da er sich nach verrichteter Sache sogleich zu den Normannen begeben haben. Man kann sich das so richtig schön vorstellen. Da kommt Karl, Ceter und Mordio schreien an und sagt, hier ist ein Aufstand gewesen und alle eben gar nicht zu greifen ist. Der ist ja gar nicht in ihrer Mitte. Den soll er mal bei den Normannen suchen, wenn er Mut hat. Der König Karl. Das heißt also, die Sachsen, die dort zusammenkamen, haben also nicht irgendeinen der ihrigen, die dort zusammenkamen. Das ist eben das bedeutsame Bezeichen. Da waren nicht zwei Fraktionen von diesen 4500 abgesandten, die gesagt haben, pass mal auf hier, der Meier vom Meierhof daneben an, der hat sich beteiligt an der ganzen Angelegenheit, ich nicht, aber der, davon steht hier nichts drin, sondern sie haben nur gesagt, das ganze Ding hat Videokind gemacht, nur das ist genauso, wie man, als wenn man sagen würde, den Zweiten Weltkrieg, den hat Adolf Hitler alleine geführt, also ist ja so diese schöne Geschichte hier heute, Adolf Hitler läuft ja rum, diese Legende, Adolf Hitler muss ein fantastischer Mann gewesen sein, ein Drittel des Volkes saß im Konzentrationslager, ein Drittel des Volkes war emigriert und ein Drittel des Volkes war im inneren Widerstand und dann führt der Mann alleine sechs Jahre lang gegen die ganze Welt Krieg. So ähnlich muss man diese Geschichte auch sehen, die sagen wir nicht der Videokind und nicht der Meier und der Schulze und auch nicht von wegen gebunden jemanden hinführen und ausliefern, nichts davon steht in diesen reichsanalen zweiter Fassung drin. So, Videokind ist es und kein anderer wird sonst erwähnen und das zeigt eben, dass hier die Sachsen durchaus, jedenfalls auch die fränkisch gesinnten Sachsen durchaus so viel Solidarität hatten, dass sie also hier nur nicht irgendeinen ihrer Standesgenossen verpetzt haben, auf gut Deutsch gesagt. So, da ließ Karl von jenen, die auf Videokinds Verhetzung hin ein so ungeheures Verbrechen vollführt hatten, volle 4500 ausliefern und an der Aller bei einem Ort mit Namen Ferdi sämtlich an einem Tag enthaupten. So, da ist nun folgendes zu sagen, er ließ die ausliefern, die auf Videokinds Verhetzung hin ein so ungeheures Verbrechen vollführt hatten. Ja, wie soll das denn vor sich gegangen sein? Diese Geschichte kann ich stimmen und zwar deswegen nicht, weil es dafür nur zwei Möglichkeiten gab. Es wird jetzt geschrieben, da sind die 4500 Edlen sind also zusammengekommen. Alle Edlen, wie gesagt, das waren die 4500. So, und dann sagt es, da ließ Karl von jenen, die auf Videokinds Verhetzung hin, volle 4500 ausliefern. Er ließ also bedeutet, dass theoretisch gesehen, nehmen wir mal an, dass wir richtig, diese Edlen hier aufgefordert worden wären, nun geht man in eure Heimatdörfer, schnappt euch also diejenigen, die damals am Aufruhr beteiligt waren und liefert sie mir hierher. Nun war das ja nicht so mit dem ICE wie heute, dass man da durch Sachsenland reisen konnte. Es ist also völlig undenkbar, dass so etwas in ein paar Tagen geht. Wenn die da also reisen, dann müssen sie da hinfahren und wenn sie da hin sind auf dem Hof, dann ist der natürlich längst stiften gegangen, denn sowas spricht sich ja rum, also Aufrührer sucht. Und die wären also dann schön blöde, wenn sie da so lange sitzen bleiben, bis entweder irgendein Franke kommt und sie festnimmt oder der sächsische Graf kommt und sie also festnimmt. Also es ist totaler Blödsinn anzunehmen, dass also jetzt dort Karl da mehrere Wochen gewartet hätte. Dazu kommt, es war jetzt Herbst, der musste also auch zurückreisen, man konnte im Winter ja überhaupt nicht überwinteren, die mussten ja immer, die Reisen fanden ja nur im Sommer statt, es war also schon spät im Jahre. Also es ist nichts davon berichtet, dass Karl etwa mehrere Wochen im Sachsenland gewesen ist, dort gewartet hätte, bis jetzt diese Vornehmen zurückgegangen wären, irgendwelche Sachsen zusammengefangen hätten und ihn dann hingebracht hätten. Nichts davon wird erwähnt. Das heißt also, auch hier, was dort also steht mit Ausliefern, auch dieser Punkt des Auslieferns ist so nicht zutreffen. Und dazu sagt Glocke, zu dieser ganzen Geschichte, der geht also nicht näher ein auf diese Frage der Auslieferung, aber sagt zu den 4.500. Es ist psychologisch ganz unmöglich, dass ein Mann wie Einhard oder auch ein ihm ähnlich gesinnter Chronist seinem König eine so furchtbare Tat hätte zuschreiben können, wenn sie nicht tatsächlich so geschehen war, wie er sie schrieb. Es sind ja keine sächsischen Annalen, die hier gebracht werden. Da könnte man vielleicht sagen, da wird also jetzt etwas übertrieben. Es sind fränkische Annalen, in denen das steht. Zu diesem absolut eindeutigen und zuverlässigen Quellen kommen zu die Annalis Enharz von Fulda, die bis zum Jahr 838 reichen. Der Fulda-Analist hatte ganz sicher zu seiner Zeit die Möglichkeit, die Wahrheit des Verdener-Blutgerichts nachzuprüfen. Er sagt, deren Tod wurde durch Enhauptung von 4.500 Menschen gesühnt, also der Tod der Franken am Sünder. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts gibt uns nochmals ein Chronist Bestätigung des Verdener-Blutgerichts. Das ist der Abt Regino von Prüm, der bei Abfassung seiner Chronik die alten Urkunden vor sich hatte und sie vielfach wörtlich übernahm. Zum Verdener-Blutgericht vom Jahr 782 gebrauchte eine etwas von den sonst bekannten Er sagt, die abermals zusammengekommenen sämtlichen Sachsen lieferten die Aufständischen, die jenen Aufruhr hauptsächlich vollführt hatten, zur Hinrichtung aus. 4.500 Männer. Widukind aber floh ins Gebiet der Normannen. Nachdem die Aufständischen teils getötet, teils mit Verbannung bestraft waren, kehrte der König ins Frankenland zurück. Ich bin da auch schon eingegangen, dass es völlig undenkbar war, dass sämtliche Sachsen zusammengekommen sind, sondern dass 4.500 zusammengekommen sind. Und genau diese 4.500 ist auch die Zahl, die eben tatsächlich umgebracht worden ist. Die Hinrichtung der 4.500 Sachsen, sagt Klok, ist eine geschichtlich sicher beglaubigte Tatsache. Der Schreibfehler dekolare statt des ursprünglichen delokare, das heißt hinrichten statt aussiedeln, von dem von Unkundigen gefabelt wurde, ist schon deshalb ausgeschlossen, weil das Wort dekolare oder ein ähnlich lautendes in einer Anzahl Quellen überhaupt nicht gebraucht wird. So sagt es Allgermissen. Also diese angebliche Wortspielerei, die da von dem Theologie-Professor Bauer gebracht ist und deswegen abwegig, weil dieses Wort, was man vielleicht falsch schreiben könnte, in den meisten Quellen gar nicht drin ist. Auch ist es nicht Art der Geschichtsforschung, so der Domprops, eine unbeliebte Sache durch angebliche Schreibfehler aus der Welt zu schaffen, wenn hierfür kein Beweis vorliegt. Die handschriftlichen Urkunden geben in diesem Fall nirgends einen Anhalt für Schreibfehler, auch innere Gründe sprechen nicht dafür. Obwohl Allgermissen also die in kirchlichen Kreisen schon vor 1935 kolportierte Schreibfehlertheorie abgelehnt hat, trägt sie Bauer 1937 als Neuheit vor und das Landesjugendfahramt greift dies dankbar auf. Ich will auf dieses Wort, das interessiert also nur die Lateiner unter uns, will ich nicht näher eingehen, aber da ist im Einzelnen also dargelegt worden, dass das Wort Decolare auch sonst überhaupt nicht für Aussiedeln verwendet wird. Es gibt ja ganz andere Ausdrücke für Deportation, also auch aus den gesamten Quellen der damaligen Zeit wäre das völlig ungewöhnlich, das so darzulegen. Aber Superintendent Leske behauptet es nach wie vor immer noch und immer noch falsch und er sagt, dass diese Annalis Pitaviani, wo dieser angebliche Schreibfehler drin sind, am meisten glaubwürdig sei, das stimmt eben nicht, denn gerade diese Annalen sind also diejenigen, die in vielen Dingen durchaus Unsinn erzählen und also ein bisschen schief und verkehrt sind. Das heißt also, das sind gerade nicht die besten. Ich will also das nicht hier im Einzelnen ausführen, dazu sind Spezialuntersuchungen, aber es gibt also eine nette weitere These in diesem Zusammenhang, die auch Leske wieder übernimmt, Leske greift in die kirchliche Mottenkiste, in dem er behauptet, es erscheint unwahrscheinlich, wenn nicht gar unmöglich, dass 4.500 Menschen an einem Tag mit dem Schwert hingerichtet werden konnten. Dafür kamen nur die Redelsführer in Frage, also etwa 40. Diese These ist erstmals in der katholischen Jungen Front vom 9. September 1934 gebracht worden. Es hieß dort, dass die Zahl 4.500 für die bei Pferden getötet und daraus zurückzuführen sei, dass versehentlich zwei Nullen angehängt worden seien. Also es seien eigentlich nur 45 gewesen und das sei also der Grund dafür, dass sie also 4.500 seien. Nun, das ist natürlich deswegen sehr nett, weil es die Nullen damals noch gar nicht gab. Das sind die arabischen Ziffern und die sind erst im 12. Jahrhundert also nach Europa gekommen. Die können also nicht in fränkischen Annalen vom 8. oder 9. Jahrhundert stehen. Die haben nämlich die römischen Ziffern verwendet und in den römischen Ziffern gibt es die Null also nicht, sodass also diese Nullenthese, kann man sie mal sagen, nur von Nullen aufgestellt werden kann. Nämlich von solchen, die keine Ahnung haben. So, aber wie gesagt, Superintendent Neske bringt auch da wieder diese 40, die da also nun hingerichtet worden seien. Nun, man muss dazu mal ganz klar sagen, der Karl kam ja nicht alleine dahin. Der kam mit seinem gesamten Heer dahin und dieses Heer war bewaffnet. Es gab also keine berufsmäßigen Henker und selbst wenn man berufsmäßige Henker gehabt hätte, wäre das natürlich möglich gewesen, 4500 Menschen auf einen Schlag zu töten. Schon vor Bauer hat Schäfer darauf hingewiesen und das ist eine Arbeit, die der Bauer gekannt hat, ausweisig der Dinge. Schäfer hat also geschrieben über die Hinrichtung der Sachsen durch Karl den Großen und Bauer zitiert diesen Schäfer in seinem Anmerkungsapparat, erkennt das also und Schäfer sagt, bringt einige Beispiele und sagt, also das ist durchaus Nachbar und sagt, über die Eroberung Khartoums am 26. Januar 1885 berichtet Major Kitchener, der die Vorhut der englischen Entsatztruppe führte, Zitat, Das Gemetzel in der Stadt dauerte sechs Stunden, wobei mindestens 4000 Personen ermordet wurden. Die Baschi Bosuchs und meisten regulären 3.327 an der Zahl und die Shaigiyo irregulären 2.330 wurden, nachdem sie sich ergeben hatten und entwaffnet waren, fast sämtlich kalten Blutes niedergemetzelt. Beim Aufstande der Janitschan wurden am 16. Juni 1826 in Konstantinope mindestens 6000 Soldaten hingemordet in einer Lage, in der sie kaum irgendwelchen Widerstand zu leisten vermochten. Die vierfache Zahl von Menschen verlor 1822 bei der Vermichtung der Chioten ihr Leben. Pizarro ließ also an einem Tag 16.000 bis 18.000 Menschen umbringen. Wir haben also eine ganze Reihe weiterer Dinge, ich will das nicht ausführen, aber im Altertuch ist also auch mit dem Schwert durchaus möglich gewesen, an einem Tag 4500 Menschen umzubringen. Es stellt sich dann also nur die Frage, ob die Tat Karl persönlichkeitsfremd gewesen wäre, ob also der Karl ein so gütiger Mann gewesen sei, dass ihm das überhaupt nicht zuzutrauen sei, hier 4500 abzumurksen. Nun, Karl ist in Wut gewesen, sein königlicher Kämmerer war gefallen am Sünde und von daher ist es also so, dass es durchaus aus dieser Wut heraus erklärlich ist und auch sonst erklärlich ist. Karl ließ sich in seiner Tafelrunde den Übernamen David geben, nach dem biblischen David. David des Alten Testamentes hat sich wie folgt verhalten, als die Ammoniter seine Gesandten beschimpft hatten, nur beschimpft hatten. Das Volk drinnen in der Stadt Rabba führte er heraus und legte sie unter eiserne Sägen und Zacken und eiserne Keile und verbrannte sie in Ziegelöfen. So tat er allen Städten der Kinder Ammons. So, das ist also dieser von Karl verehrte David gewesen, der also hier Städte überfiel, nur deswegen, weil seine Gesandten beleidigt worden waren, noch gar nicht mal umgebracht worden waren und der dann da also ganze Städte ausgerottet hat und das war so das große Vorbild für diesen Karl. Damit komme ich aber zum Punkt, wie geschah das und Glocke hat das angedeutet, die ganze Geschichte, aber so wie ich es hier darstelle, können Sie es sonst nirgendwo lesen, ich meine aber, dass das die wahrscheinlichste Darstellung ist. Die meisten Quellen erwähnen nur das Töten. Teils wird gesagt, dass alle Sachsen zusammengekommen sein, teils wird von den Cuncti Saxonum Primoris, das heißt also von den ausgewählten Sachsen, von den vornehmen Sachsen gesprochen. Wenn wir das also zusammenziehen, dann können wir das sagen, dass alle vornehmen Sachsen zusammengekommen seien, nicht alle Sachsen insgesamt, das ist technisch unmöglich, aber alle vornehmen Sachsen sind zusammengekommen. Es ist also auch nicht denkbar, dass Karl zweimal diese zusammengerufen hätte, auch davon steht in den Quellen nirgends, dass also zweimal, einmal eine Befragung stattgefunden hätte und dann später irgendein Gericht, wo irgendwelche ausgeliefert worden seien, das steht also auch nicht drin, ist wegen des Zeitablaufes, der großen Entfernung und der vorgeschrittenen Jahreszeit auch undenkbar. 4.500 sind getötet worden, das ist auch belegt, ich habe das dargestellt. Wir haben also, wenn er vor Ort blieb und wenn er innerhalb kurzer Zeit handeln konnte, von ihm gar nicht die Möglichkeit jetzt Schuldige und Unschuldige zu trennen. Man muss sich das mal vorstellen, wenn er jetzt wirklich Gericht gehalten hätte, über 4.500 Menschen, dann hätte er 4.500 Menschen anhören müssen, dann hätte er den Meier vom Meierhof fragen müssen, sag mal, hast du am Sündel gekämpft oder nicht? Und wenn Meier geleugnet hätte, am Sündel gekämpft zu haben, dann hätte er irgendwelche Zeugen aufbieten müssen, die sagen, der Meier hat gekämpft. Dann hätte er zunächst mal für jeden einzelnen dieser 4.500 ein paar Zeugen ranholen müssen, und zwar gerade die Zeugen, die auf den passen. Das muss man sich mal vorstellen. Aus einer Schar von 500.000 Sachsen muss man genau für den Meier die Zeugen suchen. Das ist nicht so einfach mit Gerichtsladung, wie das heute ist. Sie sind in der Strafsache gegen sowieso vorgeladen, und kommen Sie mal hin und machen Ihre Aussage. Also völlig undenkbar, dass jetzt ein Prozess gegen 4.500 Leute stattgefunden hätte, wo dann die Schuldigen hier bestraft worden sein. Das heißt, erst mal hätte man die Schuldigen überhaupt vom Namen hier kennen müssen. Man hätte also diese Schuldigen namentlich erfassen müssen. Zweitens hätte man sie verhaften müssen, denn wenn sie wirklich schuldig waren, wenn sie in die Wälder gegangen oder zu den Dänen gegangen, wie Videokind das gemacht hat, und sie hätten aus allen sächsischen Gauen zum Gericht gebracht werden müssen. Auch das ist aus zeitlichen Gründen völlig undenkbar. Das hätte vielleicht im nächsten Jahr passieren können, aber nicht in diesem Jahr. Das heißt, der Begriff Gerichtstag ist völlig falsch. Es hat keinen Gerichtstag gegeben. Was war, ist eine Ding Versammlung gewesen. Und ich habe ihnen aus der einen Quelle vorgelesen, dass Sachsen das Karl geboten hatte, dass die vornehmen Sachsen zusammenkommen, zu einer Zusammenkunft. Und das ist ein ungebotenes Ding, das ist ein gebotenes Ding. Das heißt, Karl hat ein Ding geboten und die Sachsen kamen. Bis auf Widukind, der hat Unrat gewittert. Der ist also schon ganz bewusst nicht hingegangen. Und was war auf dem Ding? Da gab es den Ding Frieden. Das heißt also, man musste unbewaffnet zum Ding gehen. Die Sachsen sind also ohne Waffen zu diesem Ding gegangen, weil dieses Ding unter dem Schutz der Götter stand, weil den Ding Frieden zu brechen das schlimmste Privileg war, was es überhaupt gab. Und deswegen, dass Karl so entartet war, dass er den Ding Frieden brechen würde, dass er auf ein Ding morden würde, das nahm die Sachsen nicht an. Widukind hat es angenommen, der kannte ihn am besten. Aber die anderen haben gesagt, der Ding Frieden wird nicht gebrochen. Widukind ist nicht gekommen, es war ein ungebotenes Ding. Einer von 100 Sachsen, das heißt also der edelste oder der gewählte Führer einer Hundertschaft der sächsischen Männer ist hier gekommen und ihnen wurde von Karl Vorhalte gemacht. Sie schoben die Schuld auf Widukind, der nicht anwesend war. Und daraufhin hat Karl gesagt, irgendwann Schluss jetzt aus, Kopf rüber ab. Wobei dann eben wegen der Zahl jeder dort geköpft worden ist, egal ob er in dem einen Fall mal für Karl günstig gesonnen war oder ungünstig gesonnen war. Es wurden 4500 niedergemetzelt. Und dass dies geschehen ist, ist also auch aus einem Umstand zu ersehen, auf den von Glocke hingewiesen hat, nämlich Karls Onkel Karlmann. Da hatte Karl nämlich das Rezept her, wie in Sachsen zu verfahren sei. Karls Onkel Karlmann hat, wie also die pitavianischen analen berichten, im Jahr 746 Folgendes gemacht. Karlmann zog nach Alemannien, wo er, wie es heißt, viele tausend Menschen umbrachte. Darüber zerknirsch schlichte er die Regierung nieder und trat in das Kloster zu Monte Cassino ein. Hierzu sagt die Zeitgenössische für die Regierung Karlmanns und Pipins, den Vater Karls des großen offizieuse Fortsetzung der sogenannten Frederik Chronik, Karlmann in großem Zorn mit einem Umständen, die es geschah, erzählt, teils weiter aufklären, teils aber auch schon verhüllen an ebenfalls dem karolingischen Hause nahestehendes Geschichtswerk, die sogenannten älteren Metze annahen. Zitat, als Karlmann die Untreue der Alemannen, er kannte also auch David das Wort Untreue, brach er mit einem Heer in ihr Gebiet ein und setzte eine Versammlung an dem Orte der Cannstatt heißt an. Er setzte eine Versammlung an dem Worte der Cannstatt heißt an. Also ein ungebotenes Ding, also Waffenlosigkeit der Alemannen. Hier wurde das Heer der Franken und Alemannen vereinigt, also das hört sich so schön an, vereinigt, da wurde gar nichts vereinigt, sondern die Franken kamen mit Heeresmacht an, die Abgesandten der Alemannen waren dort. Und dann geschah das große Wunder, dass das eine Heer, das heißt das Fränkische, das andere umzingelte und in Fesseln legte, ohne alles Kampfrisiko. Das große Wunder geschah, der nur nicht deswegen, weil plötzlich deren Arm gelähmt war, sondern weil natürlich die Alemannen waffenlos dort hingekommen waren und die Franken eben mit Waffen gekommen waren. Und deswegen konnten sie dort gebunden werden. Und dann sind sie anschließend getötet worden, durch das Heer. Wo auch kam er diejenigen, die sich führend gegen ihn und seinen Bruder Pipin betätigt hatten, barmherzig strafte, wie es also jetzt in dieser Chronik heißt, wie jeder es verdient hatte, also indem er eben etliche umbrachte. Die fränkischen Reichsanahlen endlich verhöhlen die Cannstatt der Vorgänge vollkommen, sie sagen nicht ein einziges Wort von dem, was dort geschah. Und wir schweigen sogar den Heereszug nach Alemannen überhaupt. Dafür erzählen sie und zwar geschickt verteilt auf die Jahre 45 und 46, 745 und 746, wie Kammern unter Beistand Pipin sich rüstete, die Weltlichkeit zu verlassen und wirklich Mönch wurde. Die Gegenüberstellung dieser Berichte erweist, dass die Franken 746 zu Cannstatt die Alemannen unvermutet ja geradezu hinterlistig überfallen und großenteils niedergemacht haben. Und zwar die Waffenlosen, das muss man hier mal ganz klar sehen. Dass diese Tatsachen auch weit bekannt waren und nicht nur der gleichzeitig lebende Friedigerfortsetzer, sondern auch der rund ein halbes Jahrhundert später schreibende Verfasser der älteren Metzeranalen bestimmte und einander gut ergänzende Einzelheiten aufzeichnen konnten, dass aber je näher die Schreiber dem Hofe Karls des Großen standen, umso weniger über das Cannstatter Blutbad verlauten durfte. Das wurde dann also geschickt verschleiert. Vielleicht mochte der König vor allem daran nicht erinnert werden, dass der am Hofe allmählich immer mehr als frommer Mann gepriesene Ohrheim Karlmann ein Beispiel dafür gab, wie sehr so blutige Hände zur Sühne verpflichteten. Jedenfalls passt das verschleiernde Verfahren des Karls des Großen, näher- beziehungsweise nahestehenden Analysten bei der Behandlung der Blutbäder von Cannstatt und von Werden bemerkenswert zusammen. Dass einen hier ein anderes ohne Verlust tötet, ist nur dann denkbar, wenn dieses andere hier völlig waffenlos war. Und das wiederum ist nur denkbar, weil die Germanen sonst, wie Tazito schreibt, auch immer in Waffen gingen, wenn also hier ein ungebotenes Ding angesetzt war. Und das ist hier auch gesagt worden. Es war ein ungebotenes Ding angesetzt. Und das bedeutet also, dass hier Karl für die Untat von Pferden sich seinen Onkel als Vorbild genommen hat. Er hat ein ungebotenes Ding angesetzt. Er wusste genau, die sächsischen Edligen kommen waffenlos und dann kann er sie abschlachten lassen. Es fand also kein Gerichtsstadt statt, sondern es fand ein Massenmord an dem sächsischen Adel statt. So ist es gewesen. Und alles andere, was da gespielt wird, der Adel habe also ausgeliefert, ist also dummes Zeug, ist falsch und eine unhaltbare These. Um also den Umfang dieses Mordes, 4.500, das ist natürlich, wenn wir jetzt den Ersten und Zweiten Weltkrieg sehen und die Verluste, da ist das keine große Zahl. Aber man muss das mal also in Beziehung setzen jetzt. Das ist also ein Prozent der Bevölkerung gewesen. Das wäre so, als wenn jetzt 800.000 Deutsche umgebracht würden vom heutigen Volk von 80 Millionen. Das heißt also, so muss man mal die Verhältniszahlen sehen, die wir also hier haben. 800.000, ein solcher Massenmord ist das damals gewesen. Und dieser Massenmord wird heute durch kirchliche Pamphlete geleugnet. Es wird verhöhnt geradezu noch das Andenken dieser Opfer. Jetzt wieder der Leske. Super Interdent. Aber wie dem auch sei, in Pferden handelte Karl aus politischen Beweggründen und nicht zunächst aus der Absicht heraus, die Germanen zu Christen zu machen. Dass aber sein Wunsch war, dass in seinem Reich möglichst viele untertanen Christen waren, gab er der Kirche freie Hand zur Mission. Dass die Sachsen in einem verständlichen Freiheitsdrang gegen den Kaiser eine Zeit lang auch die Versuche zur Christianisierung ablehnten, erklärt sich wohl daraus, dass dieses Christentum in der Gefolgschaft Karls zu ihnen kam. Da wird so getan, als ob man das Christentum nur deswegen ablehnen müsste, weil es also von irgendwelchen Fremden gebracht würde. Vielleicht hat ihnen die Ideologie als solche auch nicht gepasst. Die Ablehnung galt jedoch nicht dem Christentum als solchen, so Leske. Die Behauptung, die Sachsen hätten sich lieber hinschlachten lassen, als dass sie ihrem heidnischen Glauben untreu geworden wären, ist jedenfalls eine völlige Verdrehung der geschichtlichen Vorgänge. Es ist unbestritten, dass die germanische Religion gerade in jener Zeit sich in der Auflösung befand und ihren Anhängern keine lebendigen Werte mehr vermitteln konnte. Also wie schön, dass sie von ihrer germanischen Religion erlöst wurden, weil die keine Werte mehr vermitteln konnte. Nur wenn die sich in der Auflösung befand, warum dann Todesstrafe, für die sie sich nicht taufen lassen konnten? Wenn das alles in der Auflösung war, da braucht man doch nicht zu so harten Strafen zu greifen. Kaum ein Menschenalter später machten dann, so wie der Leske, machten dann auch die Sachsen nicht den geringsten Versuch mehr nicht zu erheben oder das Christenum abzuschütteln. Ja, wie schön. Ein 30-jähriger Krieg wurde geführt, es wurden Zehntausende abgeschlachtet und dann ist es so, nachdem das Sachsen dann ausgeblutet war, dann bringt der Leske es fertig und zu sagen, ja kaum ein Menschenalter später mehr, machten sie keinen Versuch mehr, das Christentum abzuschütteln. Und jetzt weiter und jetzt wird es also nun wirklich fast unerträglich, kann man nur sagen, bei Leske. Die Sachsen haben das Christentum bis zum heutigen Tage mit der ihnen eigenen Zähigkeit treu bewahrt. Man sehe sich mal die Kirchenaustritte an und die Kirchenbesuche im Sachsenland. Das sind also vielleicht zwei Prozent, die noch in die Kirche gehen. Allein schon um dieser Haltungswillen hätten sie ein besonderes Ehrenmal verdient, also weil sie am Christentum festhalten. Es ist daher nicht eine Ironie der Geschichte, sondern eine Folge der ausgleichenden Gerechtigkeit Gottes, wenn heute der Sachsen ein Mittelpunkt der evangelischen Jugend Niedersachsens wurde. Das müssen sie zweimal hören. Es ist daher nicht eine Ironie der Geschichte, sondern eine Folge der ausgleichenden Gerechtigkeit Gottes, wenn heute der Sachsen ein Mittelpunkt der evangelischen Jugend Niedersachsens wurde. An einer Stätte, die ursprünglich auch mit dazu dienen sollte, junge Deutsche zum Kampf gegen die christliche Kirche aufzurufen, sammeln sich seit 1950 evangelische Jungen und Mädchen, um Jesus Christus die Ehre zu geben und ihm in ihrem Leben Gefolgschaft zu geloben. Superintendent Erich Leske-Suling. Das muss man sich mal vorstellen. Man stelle sich mal vor, ein Konzentrationslager wird einem Traditionsverband der SS übergeben. Die machen dort also eine Gedenkausstellung, die machen also ihre Kameradschaftstreffen immer, haben da so Sprüche dran wie Arbeit macht frei und ähnliche Dinge. Man möge sich mal vorstellen, was dann in der Weltöffentlichkeit und nicht nur in der Weltöffentlichkeit, sondern also auch bei uns in Deutschland passieren wird. Und hier ist der Mörderorganisation der Kirche, ist ein Ehrenmal zu Ehren der Gemetzelten übergeben worden und es ist keine Ironie der Geschichte, sondern es ist eine bodenlose Frechheit der Christen in Niedersachsen, dass der Kirche dieses hier verkauft worden ist, zu einem symbolischen Preis. Diese Behauptung, die Sachsen hätten in ihrem Glauben bereits gewankt, sie seien dann also zum Christentum freudig übergegangen und ähnliche Dinge auch, ist dummes Zeug. Ich will Ihnen dazu, weil man muss das ja widerlegen, das ist ja ein Punkt, man kann nicht nur einfach sagen, unser Gefühl ist, dass die Sachsen damals, weil sie 30 Jahre lang gekämpft haben, Heiden gewesen sind. Im Gegenteil, man muss es ja belegen und dazu ist es so, dass wir also verschiedene Notizen haben. Wir haben also von Einheit eine Notiz, dass also der Widerstand der Sachsen deswegen erfolgt sei, weil sie das Christentum nicht wollten. Das ist immerhin ein Zeitgenosse damals gewesen. Die Sachsen waren Heiden und zwar Heiden, die mehr als irgendein anderer Germanenstamm an ihrem heidnischen Glauben hingen, sagt der Dompropst Algermissen. Das berichten sämtliche alten Schriftsteller. Alge bezeichnet sie als Paganis Ritibus Nimes Dediti, den heidnischen Riten übermäßig ergeben. Rudolf nennt sie Kultui Dämonum Dediti, dem Dämonenkult ergeben. An einer anderen Stelle werden sie sogar Paganissimi, das heißt die heidnischsten genannt. Selbst in der Abspürungsformel beim altsächsischen Taufritus übernahm die Kirche die altheidnischen Götternamen, was bei keinem anderen Germanenstamm geschah. Ein Zeichen, wie sehr das Sachsenvolk an seinem Glauben hing. Die Formel lautete, entsagst du dem Teufel, ich entsage dem Teufel und allen Teufelsdienst, ich entsage einem Teufelsdienst und allen Teufelswerken und ich entsage allen Teufelswerken und Worten, dem Dona und Wodan und Sachsnot und allen Unholden, die ihre Genossen sind. Diese Abschwörungsformel in Sachsen zeigt also ganz deutlich, dass man dort das Heidentum noch als besondere Gefahr empfand und dass deswegen namentlich die Götter erwähnt werden mussten, die sonst nirgendwo erwähnt worden sind. Wir haben gesehen, wie die Öffentlichkeit reagiert, wenn also auf einem Supermarkt auf einem jüdischen Friedhof gemacht werden soll, der also seit seit etlichen Jahrzehnten schon überhaupt nicht mehr benutzt wird. Das muss man sagen, der ist seit 100 Jahren, ist da also niemand mehr belegt worden. Gräber sind längst nicht mehr gepflegt worden. Da entsteht ein Riesengeschrei. Und was ist hier? Hier ist es so, dass also wirklich die Verhöhlung der Opfer von einem Pferdener Fremdenverkehrsverein noch mitgemacht wird, indem dieses Pfeilblatt verbreitet wird. Und auch eigene Veröffentlichungen gehen in dieselben Richtung. Jetzt aus dem Pferden'schen Fremdenführer Geschichte. In frühsächsischer Zeit war Pferden Haupt- und Gerichtsort des Sturmigaus. Während der Sachsenkriege Karls des Großen sollen hier im Jahre 782 4.500 des Aufstands beschuldigte sächsische Krieger hingerichtet worden sein. Wenn auch das Blutgericht als solches nach den fränkischen Quellen eindeutig belegt ist, das immerhin geben die Pferden dazu, so wird die Zahl der Opfer doch angezweifelt. Der Sachsenlein mit seinen 4.500 Findlingen in den Jahren 1934, 1935 als Mahnmal errichtet, soll an diesen Vorgang erinnern. Und dann heißt es weiter unter Sachsenlein. Aus dem Geschichtsunterricht ist Ihnen bestimmt die sagenhafte Hinrichtung von 4.500 Sachsen in Pferden durch Karl den Großen im Jahr 782 bekannt. Heute erinnern daran der Sachsenlein, errichtet 1935, in dem an einem zwei Kilometer langen Rundwanderweg 4.500 Steinfindlinge aufgestellt sind. Die gesamte Anlage gehört der Evangelischen Landesjugendkirche, die hier eine Freizeitstätte für Jugendarbeit hat. Und dann der Gipfel der Geschmacklosigkeit unter der Überschrift werdender Spezialitäten. Deutsche und internationale Spezialitäten aus der Hotelküche finden Sie überall auch in Pferden. Hinter den Pferden der Spezialitäten verbirgt sich allerdings etwas anderes. Ein aktiv zu erlebendes Programm mit Spezialitäten, die Sie wirklich nur in der Reiterstadt Pferden erleben und sehen können. Steine zählen. Sie sollen die Steine im Sachsen einzählen. 4.500 Steinfindlinge stehen nach der Überlieferung an einem ca. 2 Kilometer langen Rundwanderweg. Zählen Sie bei einem Morgenspaziergang stehen dort. Wirklich 4.500 Steinfindlinge. Sie können natürlich mit mehreren Personen aus Ihrer Gruppe abschnittsweise zählen. Nur die Gesamtzahl muss stimmen. Bei einer Abweichung um plus minus zehn Steile werden beide Augen zugedrückt. Werd von uns schon ohne Unterbrechung bis 4.500 richtig gezählt. Und das also ist die werdende Spezialität. Und ich war darüber natürlich so sauer, dass ich Strafanzeige erstattet habe. Wir haben ja ein Strafrechtsänderungsgesetz, wo man auch ohne Strafanzeige von Opfern oder Nachkommen von Opfern oder Betroffenen. Ich kann ja nicht nachweisen, dass einer meiner Vorfahren, obwohl ich also auch sächsische Vorfahren habe, da in Pferden umgekommen ist. Aber so weit kann ich leider meinen Staunbaum nicht hochverfolgen. Aber wenn jemand als Opfer einer Gewalt- und Willkürherrschaft gestorben ist, dann ist es so, dass also auch ohne Strafantrag die Staatsanwaltschaft von Amts wegen eingreifen muss. Das hat man eingeführt zugunsten der Juden. Aber es stehen also nicht nur Juden drin, sondern es gilt allgemein so die Kommentare, so das Strafrechtsänderungsgesetz, die Motive. Es gilt allgemein für jedes Opfer einer Gewalt- und Willkürherrschaft. Und deswegen trifft es natürlich auch auf die hier niedergemetzelten Sachsen zu, die unter Bruch des Tinkfriedens ermordet worden sind. Ich habe dann also an die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Pferden Folgendes geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit erstatten wir, also im Namen der Artgemeinschaft, erstatten wir Strafanzeige wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbenen, einmal gegen Superintendent Erich Leske, Sulingen, ferner gegen die Verantwortlichen des Fremdenverkehrsamtes der Stadt Pferden. Grund für die Strafanzeige ist Folgendes. Das Fremdenverkehrsamt der Stadt Pferden gibt eine Schrift, die vom Landesjugendfahramt Hannover herausgegeben ist und von Jugend Superintendent Erich Leske verfasst ist, an Personen ab, die nach dem Sachsenhain in Pferden fragen. Dieses Faltblatt ist betitelt Die Vorgeschichte des Sachsenhains. In dieser Schrift wird wahrheitswidrig behauptet, dass keine 4.500 Menschen in Pferden im Jahre 782 durch Karl, in Anführungszeichen den Großen, ermordet worden seien, sondern lediglich maximal 40 Redelsführer betroffen seien, die anderen seien lediglich deportiert worden. Diese Behauptung wird wahrheitswidrig verbreitet, wie der Dompropst Dr. Konrad Algermissen in seiner Schrift Germanentum und Christentum, von der ich die fraglichen Passagen als Anlage beifüge, bereits vor Professor Karl Bauer, der als Quelle von Superintendent Leske benannt wird, nachgewiesen hat. Es kann nicht bezweifelt werden, dass tatsächlich 4.500 Sachsen durch Karl ermordet worden sind, der hierzu nicht berechtigt war, da diese Sachsen ihre Freiheit und ihren heidnischen Glauben verteidigten. Bauer geht auf dieses Buch von Algermissen, das ihm sicherlich bekannt war und das mit päpstlicher Imprimatur, also Druckveröffentlichung, versehen, war nicht ein. Im Übrigen sind die Ausführungen von Bauer durch sämtliche Fachwissenschaftler widerlegt worden. Insoweit wird beispielhaft nur auf den Beitrag von Friedrich von Klocke in der westfälischen Zeitschrift 1937 verwiesen, der ebenfalls als Anlage beigefügt ist. Die Quellen sind 1982 durch den Faximele Verlag in Bremen unter dem Titel Das Blutblatt von Pferden Quellen zum Mord an 4.500 Sachsen im Jahr 782 wiedergedruckt worden, sodass die Ausführungen von Algermissen, von Klocke und anderen ohne Schwierigkeiten greifbar waren. Durch diese Schrift wird das Andenken von 4.500 ermordeten Sachsen verunglimpft. Sie starben als Opfer einer Gewalt- und Willkürherrschaft, denn anders war die Herrschaft von Karl nicht zu qualifizieren. In seinen Sachsen-Kapitularien stand beispielsweise auf Verweigerung der Kaufe Taufe die Todesstrafe. Das ist ja ein Punkt, wir haben ja Religionsfreiheit auch bei uns im Grundgesetz und wenn man also zwangsweise unter Androhung der Todesstrafe jemandem seinen Glauben nehmen will, ist das also eine Gewalt- und Willkürherrschaft. Strafantrag eines dazu Betroffenen bedarf es also nicht. Die Rechtsfragen sind auch im Zusammenhang mit Judenverfolgung geklärt. Wenn beispielsweise jemand behauptet, in einem Konzentrationslager, wo tatsächlich 4.500 Personen umgekommen seien, seien nur 40 umgekommen, wird dieses durch die Staatsanwaltschaft sofort wegen Verunglimmung des Andenkens Verstorbener angeklagt. Etwas anderes kann nicht gelten, wenn es um heidnische Sachsen geht. Eine beispiellose Verhöhnung der Opfer bedeutet auch, dass es als ausgleichende Gerechtigkeit Gottes bezeichnet wird, dass heute der Sachsenhain der Mittelpunkt der evangelischen Jugend Niedersachsens geworden sei. Die Verantwortlichen des Verkehrsamtes in Pferden werden weiterhin angeklagt, weil sie Touristinformationen unter der Bezeichnung werdender Spezialitäten die Zählung der 4.500 Steinfindlinge anpreisen, wo es heißt, nur die Gesamtzahl muss stimmen. Bei einer Abweichung um plus minus zehn Steine werden beide Augen zugedrückt. Wie würde beispielsweise die Öffentlichkeit reagieren, wenn mal einer Kriegsgräbergedenkstätte das Verkehrsamt des Ortes erklären würde, es werde als Spezialität angepriesen, die Kriegsgräber zu zählen und bei plus minus zehn Kreuzen würden beide Augen zugedrückt. Auch insofern ist das Andenken Verstorbener betroffen. Was Judenrecht ist, hat heidnischen Sachsen billig zu sein. Sie werden gebeten, mich vom Ergebnis der Ermittlung zu informieren mit freundlichen Grüßen und so weiter. So, dann kriege ich also einen Bescheid der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Pferden. Sehr geehrte Damen und Herren, nach der in ihrer Strafanzeige dargestellten Auffassung haben die Beschuldigten durch den Inhalt der ihrer Strafanzeige beigefügten Fallplätze in mehrfacher Hinsicht das Andenken von dem achten Jahrhundert in Pferden getöteten Sachsen verunglimpft. Sofern in dem fraglichen Schriftstück bezweifelt wird, ob seinerzeit wirklich 4500 Sachsen oder lediglich circa 40 Redelsführer unter der Verantwortung Karls des Großen getötet wurden, kann dahinstehen, ob diese von dem Verfasser und dem Herausgeber der schriftgeäußerten Zweifel, wenn sie tatsächlich unberechtigt wären, tatsächlich eine Verunglimpfung des Andenkens der getöteten Sachsen darstellen würden. Jedenfalls sind die Strafverfolgungsbehörden über 1200 Jahre nach den fraglichen Vorfällen nicht in der Lage, den tatsächlichen Sachfall aufzuklären. Das könnte man bei den Judengeschichten natürlich genauso sagen. Das ist 50 Jahre her, lässt sich gar nicht mehr aufklären. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass in der historischen Literatur offensichtlich ein Meinungsstreit hinsichtlich der in Rede stehenden Fragen besteht, wobei ein einwandfreier Nachweis ihrer Behauptung, es seien tatsächlich circa 4500 Sachsen oder zumindest eine vergleichbare Zahl von Menschen seinerzeit exekutiert worden, jedenfalls nicht mit den beiden von ihnen in Ablichtung beigefügten Aufsätzen, die offensichtlich beide während der Zeit des Nationalsozialismus verfasst worden sind, geführt werden kann. Also mit anderen Worten, weil da unterschiedliche Auffassungen bestehen, kann man das also auch nicht sagen. Das gilt aber nun ja für die Judengeschichten ganz genauso. Auch da gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Auffassungen. Aber wenn man nur sagt, weil es unterschiedliche Auffassungen in den Historien gibt, dann müsste man genauso sagen, weil der Butz sagt, es gibt keine Gaskammer und der Valen, die da seine Zweifel hat, deswegen kann da keiner bestraft werden. Also da sieht die Rechtsprechung ja auch keine Hürde, sofort zuzupacken, weil es andere Auffassungen gibt. Und jetzt also dieses schöne Argument mit dem Dritten Reich. Natürlich, die Bücher sind im Dritten Reich erschienen. Das ist natürlich mit anderen Worten, das kann ja gar nicht schon aus dieser Hinsicht hier stimmen. Die von den Beschuldigten in den fraglichen Schriftstücken äußern, Zweifel hinsichtlich der Zahl der getöteten Sachsen kann somit bereits aus tatsächlichen Gründen nicht als Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener gewürdigt werden. Zumal, wie oben bereits ausgefügt, die fragliche Zahl von 4.500 nicht eindeutig bestritten, sondern durch einschränkende Formulierungen lediglich in Frage gestellt wird. Ja, aber genau dasselbe gilt ja auch bei den Juden. Ich brauche nicht nur zu bestreiten, wenn ich in Frage stelle, wenn ich sage, also das kann so nicht sein und das muss ganz anders gewesen sein. Also wenn ich das so in Frage stelle, dann ist das also ja schon eine Bestrafung. Hinsichtlich der weiteren beiden von Ihnen beanstandenden Textstellen ist Folgendes zu berücksichtigen. Unter Verunglimpfung im Sinne des oben genannten Straftatbestandes eine nach Form, Inhalt, den Begleitumständen oder dem Beweggrund erhebliche Ehrenkränkung in der Form des § 185 StGB Beleidigung zu verstehen. Eine solche beleidigende Äußerung reicht jedoch nur dann zur Bejahung des Tatbestandes § 189 StGB aus, falls sie unter besonders hässlichen Begleitumständen, etwa durch Gebrauch von üblen Schimpfworten erfolgt. Das stimmt natürlich auch nicht. Wenn ich also sage, es hat keine Gaskammern gegeben, dann brauche ich dazu nicht irgendwelche hässlichen Worte über die Juden zu verlieren. Diese Aussage als solche bringt mich schon vor den Kadhi. Ja, also das stimmt einfach nicht, was hier gesagt wird. Es müssen besonders hässliche Begleitumstände gegeben sein. Dazu kommt natürlich, die Begleitumstände sind ja hässlich. Wenn da also von einer Ironie der Geschichte gesprochen wird, dass jetzt das also der christlichen Kirche gehört, dann ist das also wohl ein sehr hässlicher Begleitumständ. Im vorliegenden Fall lässt sich jedoch zumindest nicht feststellen, dass diese besonders hässlichen Begleitumstände hier vorlagen. Aus dem von Ihnen beanstandenen Satz, es ist daher nicht eine Ironie der Geschichte, sondern eine Folge der ausgleichenden Gerechtigkeit Gottes, wenn heute der Sachsenhain Mittelpunkt der evangelischen Jugend Niedersachsens wurde, lässt sich mit keinem Wort eine als Schimpfwort zu bezeichnende Schmähung der getöteten Sachsen entnehmen. So, wenn ich das jetzt auf die Judensache übernehme, dann ist also diese ganze Zeitgeschichte nur dann so, wenn ich sage, die idiotischen Juden oder so. Ja? So. Stimmt aber nicht. Ergibt sich aus den Kommentaren nicht. Es wird hier richtig, in Punkte von Sachsen wird die ganze Rechtsprechung verdreht, verkehrt gemacht. Vielmehr handelt es sich um eine persönliche Würdigung von geschichtlichen Ereignissen aus der ganz persönlichen Sicht eines christlichen Geistlichen, über deren Inhalt sicherlich gestritten werden kann, die aus den oben genannten Gründen einer strafrechtlichen Würdigung jedoch nicht zugänglich ist. Wie schön. Also wenn also ein Geistlicher etwas aus ganz persönlich würdig, dann ist es so. Ja, wenn also ein Mann wie Valendi, der Soziologie studiert hat, also geschichtliche Tatsachen aus seiner Sicht würdig, warum gilt das dann nicht dann genauso? Auf der Aufforderung der Faltblatt-Verfasser, die Steinfindlinge im Sachsenhain zu zählen, vermag ich weder eine erhebliche Ehrenkränkung der getöteten Sachsen, geschweige denn eine unter besonders hässlichen Begleitumständen zustande gekommene Eheverletzung zu entnehmen. Vielmehr dürfte der fragliche Appell an die Adressaten des Faltblattes lediglich den, sicherlich auch im Interesse der getöteten Sachsen stehenden Zweck gedient haben, das Interesse der Bevölkerung an diesem besonderen Abschnitt der Pferden der Geschichte zu erwecken oder zu erhalten. Ja, man fragt sich mal hin, es gibt da also so ein, es gibt da also einen Brillenberg in Auschwitz, ja, also jetzt stelle man sich mal hin und sagt, also wir fordern jetzt mal auf die Brillen zu zählen, ja, also plus minus zehn Brillen kommt uns gar nicht drauf an. Ich möchte mal wissen, wie schnell ich eine Anklage wegen Volksverhetzung am Halse hätte, wenn ich also solche Geschichte machen würde, ja, wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Obwohl ich dann ja genauso sagen könnte, also es ging mir nur darum, hier Zahlen festzustellen oder so und sollen die doch mal Brillen zählen, dadurch werden die Opfer doch mal wieder ins Bewusstsein geführt oder so, ne. Wir zählen jetzt mal Schuhe in Auschwitz oder wir zählen jetzt mal Brillen in Auschwitz. Danach allen hinsichtlich, danach allen hinsichtlich keiner der von Ihnen in der Strafanzeige beanstande Formulierungen der hinreichende Tatverdacht wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener begründet werden kann, habe ich das Verfahren gemäß § 170, habe da zwei der Strafprozess auch noch eingestellt, hochsachtungsvoll, Schmarrer, ja, das ist ein Schmarrer, ein Staatsanwalt. So, dagegen habe ich natürlich Beschwerde gemacht. Ich will Ihnen das hier wegen fortgeschrittener Zeit nicht alles vorlesen. Ich habe da also auf den Zynismus hingewiesen, ich habe auf die Dinge hingewiesen, dass unter besonders hässlichen Umständen der Volk ist, ich habe auf die Rechtsprechung hingewiesen, die sich zu den ganzen Juden- und KZ-Geschichten ergeben hat und habe darauf hingewiesen, dass der Sachverhalt eben hinreichend aufgeklärt ist, denn nach Glocke, der also nun wirklich diesen Professor Bauer, den Theologie-Professor Bauer so satt gemacht hat, hat kein Christ mehr gewagt, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Faltblätter, wie gesagt, gibt es weiterhin und irgendwo in einer katholischen Rundschau gibt es dann auch nochmal so einen kleinen Satz zu diesen Dingen. Aber wissenschaftlich hat sich, nachdem Glocke wirklich den Bauer so aus den Angeln gehoben hat, hat sich keiner mehr in einem anderen Sinne seit dieser Zeit damit befasst. Darauf habe ich auch hingewiesen und jetzt kommt die Generalstaatsanwaltschaft Zelle, der Generalstaatsanwalt. Sehr geehrte Damen und Herren, auf Ihre Beschwerde vom 6.11.91, die sich gegen den Bescheid der Staatsanwaltschaft vom 27.09.91 richtet, habe ich den Sachverhalt im Aufsichtswege geprüft, jedoch keinen Grund gefunden, dem Verfahren Fortgang zu geben. Der angefochtene Bescheid entspricht der Sach- und Rechtslage. Im Übrigen fehlt bereits der erforderliche Strafantrag § 194 des TGB. Ich weise deshalb die Beschwerde als unbegründet zurück. Hochachtungsvoll in Vertretung, Neute, Leitende, Oberstaatsanwalt. Nun, einen Strafantrag, wie gesagt, braucht man hier nicht. Die Juden brauchen auch keinen Strafantrag zu stellen und deswegen ist es ein einziger Skandal. Nur, was zeigt dies? Es zeigt dies, dass dieser Staat christliche Verhöhnung von heidnischen Opfern duldet, dass das straflos bleibt, dass in Pferden diese Dinge gemacht werden können und es zeigt weiterhin, dass wir selbst also aufgerufen worden sind, hier was zu machen. Und ich habe mit Harry Radegeiß besprochen, dass wir also versuchen wollen, hier wirklich eine heidnische Aktion durchzusetzen, dass wir also, auf Neudeutsch gesagt, ein Sit-in in Pferden mal machen, dass wir also in Pferden diesen Sachsenhain besetzen. Unter entsprechender Sache. Die Zigoldern besetzen ab und an mal ein Konzentrationslager. Das geht also groß durch die Presse. Die Juden haben also schon demonstriert, besetzen einen Friedhof da in Hamburg-Ottensen und sammeln sich da. Das geht groß durch die Medien. Warum sollen wir nicht mal den Sachsenhain besetzen? Zumal es nämlich so ist, dass man mal ganz klar sagen, dass dieser Sachsenhain natürlich der Kirche überhaupt nicht gehört. Denn dieser Vertrag ist sittenwidrig, er ist nichtig. Man kann ein Objekt, was damals schon einen Wert von mehreren Millionen Mark hat, nicht für eine Mark verkaufen. Ein solcher Kaufvertrag ist wegen Sittenwidrigkeit nichtig. Es sind dort eben Steuergelder verschwordert worden. Das heißt also, der Kirche gehört dort kein Quadratmeter diesen Bodens. Und wenn es der Kirche nicht gehört, dann ist er herrnlos. Und wenn er herrnlos ist, hat er wieder in die Hände von Heiden zu fallen. Und wir werden bei dieser Besetzung natürlich dann auch eine Säuberung dieses Sachsenhains vornehmen. Denn man hat also noch etwas weiteres gemacht, was wirklich pervers ist. Man hat in einige dieser findliche christliche Sprüche eingeschlagen. Beispielsweise, ich bin der Weg oder Jesus erlöst dich oder ähnliche Geschichten. Man muss sich das mal vorstellen. Das wäre genauso, als wenn man in einen jüdischen Grabstein reinmeißeln würde, Juder verrecke oder Deutschland erwache oder Heil Hitler oder irgendwas in dieser Richtung. Man muss sich mal den Aufschrei der Öffentlichkeit verstehen. Man würde also an einen jüdischen Friedhof gehen und würde nun da Heil Hitler reinmeißeln oder ein Hakenkreuz oder was. Auch Kreuze sind da angebracht worden. Man würde dann also auf einem jüdischen Grabstein ein Hakenkreuz machen. Da würde doch alles in Ohnmacht fallen. Und mit Recht in Ohnmacht fallen, muss ich sagen. Das ist selbstverständlich nicht ein jüdischer Grabstein, ein Objekt, wo man jetzt also ein Hakenkreuz anbringt oder Heil Hitler anbringt oder was auch immer. Da gibt es gewisse Zurückhaltung, auch gegenüber Andersdenkenden. Nur diese Zurückhaltung hat die Kirche in diesem Fall nicht gemacht. Und ich bin mal gespannt, wenn wir dann da mit Hammer und Meißel anrücken und diese christlichen Sprüche entfernen, was dann passiert. Ich bin auch auf die Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gespannt, die dann also gemacht wird. Und dann wird nämlich die ganze Geschichte aufgerollt, ob es denen gehört und ob sie berechtigt waren und ob es nicht ein Widerstandsrecht gibt. Und auf diese Geschichten freue ich mich schon. Nur, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es reicht natürlich nicht, wenn wir mit 10 oder 15 da hingehen. Das müssen schon so viele sein, dass wir auch ohne, sagen wir mal, größeren Polizeiaufwand da nicht wegzukriegen sind, sodass wir da also dann eine übergreifende Aktion machen. Ich habe diesen Vortrag in Pferden gehalten und ich habe gesagt in Pferden, wir kommen wieder. Und das nächste Mal gehen wir nicht einfach nur mal durch die Sachsenhallen. Wir haben uns die Gebäude angeguckt. Wir haben uns das auch gesehen. Die guckt ein bisschen befremdlich und da sage ich, wissen Sie, wir gehören hier rein. Ja, als die komische Aufseher guckte da und als wir da durch die Gebäude gingen. Man muss ja inspizieren, ob die Kirche das in Ordnung gehalten hat, wenn wir das wieder übernehmen. Und da habe ich gesagt, also wir gehören hier rein. Da guckt er ein bisschen blöd, hat dazu also auch nichts gesagt. Wir kommen wieder, habe ich gesagt, und wir werden nach Wiederkommen und wir werden den Pferden der Sachsenhallen wieder in heidnische Hände überführen. Das ist unser Wille. Es gibt ja manche Legenden, die es also praktisch so ein bisschen auszuschalten gibt. Das muss man ganz klar sagen. Dieser Sachsenhallen-Legende ist eben auch eine, die rumläuft. Und ich glaube, viele von Ihnen haben da schon mal in dieser Richtung irgendwas gehört. Das waren gar nicht so viele und es stimmt gar nicht. Und so objektiv, wie wir sind, fangen wir dann ja auch zu zweifeln. Ja, ist das wirklich so? Vielleicht ist das ja wirklich übertrieben worden von uns und im Dritten Reich ein bisschen erhöht worden und und und. Ich glaube, es ist hier ganz klar geworden, diese Tatsache ist geschichtlich erwiesen. Und wer daran zweifelt, der begeht ein verunglimpfendes Andenkens verstorben. Wir sind damit, länger als ich eigentlich dachte, mit dem ersten Vortrag des heutigen Tages fertig. Wir haben eine Gesprächsrunde heidnisches Leben heute. Wer sich dafür nicht interessiert, braucht natürlich nicht dabei zu sein. Wir würden die ansetzen um 11 Uhr. Wir machen jetzt hier mal so eine Lüftungspause, dass wir hier so ein bisschen dann